Tja, liebe Zuschauer, schon Vorsätze für das neue Jahr gefasst. Also bei mir steht einer ganz weit oben und das ist natürlich mehr Gesundheit, mehr Bewegung. Und ich habe meine Lösung gefunden. Und falls auch Sie gerade eben zustimmend genickt haben und so meinten, oh ja, ich weiß genau, wovon der Mann spricht, da hätte ich eine tolle Empfehlung für Sie. Genauer gesagt, eigentlich zwei tolle Empfehlungen. Und welche das sind und wo die Unterschiede, vor allem bei diesen tollen Vibrationstrainern liegen, wird uns jetzt die liebe Kathi mal erklären. Ja, das ist nämlich die beste Möglichkeit, einfach den Körper ein bisschen fit zu halten. Egal auch wie alt Sie sind und Sie brauchen gar nicht viel Zeit pro Tag. So zehn Minuten reichen da völlig aus. Sie können es ganz bequem zu Hause im Wohnzimmer machen. Einfach zuck, das Gerät hier dem Vibrationstrainer, egal für welchen Sie sich jetzt entscheiden, vor den Fernseher draufstellen. Und zwar hier, Diana zeigt es, Lutz zeigt es schon, so funktioniert das. Einfach draufstellen, sich durchschütteln lassen, genau mehr ist es gar nicht. Denn Ihr Körper, der macht hier den Rest. Das funktioniert ganz automatisch. Und das hier, das ist unser Parademodell. Der ist jetzt super effektiv. Die Diana trainiert hier schon ganz fleißig auf dem. Weil dieses Modell, das sieht man hier sehr schön, hat hier zwei Vibrationsarten, die hier kombiniert werden. Wir haben hier einmal diese horizontale Vibration, die man hier einschalten kann. Die hat Diana jetzt hier eingeschaltet. Und die kann man hier hochschalten bis auf Stufe 15. Und dann haben wir zusätzlich nochmal eine weitere Vibration. Das ist eine Vibration, die erfolgt hier in der Platte selber. Die greift auch schön in die Tiefenmuskulatur mit hinein. Die kann man auch nochmal schalten. Die könnte ich jetzt auch ein bisschen weniger schalten zum Beispiel. Kann man separat auch nochmal schalten. Auch hier 15 von diesen Vibrationsstufen. Das heißt, in Kombination schalten, kann man jetzt auch einzeln schalten, wenn man möchte. Aber in Kombination natürlich, so wie wir es hier jetzt gerade auch zeigen, ist das am effektivsten für Ihre Muskulatur. Sodass einmal die großen Muskelstränge angesprochen werden, aber gleichzeitig auch die Tiefenmuskulatur durch diese Vibration der Platte mit angesprochen wird. Das sehen wir. Die Platte vibriert einmal so. Und es gibt eine Vibration so in der Platte. Und diese Vibration geht automatisch in die Muskulatur hier hoch. Die Muskulatur von Diana jetzt, die hier einfach nur auf der Platte steht, reagiert automatisch auf diese Vibration der Platte. Und das wird bei Ihnen auch so sein. Sie werden das direkt spüren, wenn Sie sich auf diese Platte draufstellen, weil sich sofort Ihre Durchblutung verbessert. Die Muskulatur wird angesprochen. Somit wird die Muskulatur gestärkt. Es gibt dann auch eine Stärkung zum Beispiel des Rückens. Die Gelenke werden mobilisiert. Man hat generell eine Verbesserung der Muskulatur. Mit Vibrationstrainer wird auch Knochenschwund bekämpft. Auch das ist etwas ganz, ganz Tolles. Und wenn man die Muskelkraft verbessert, dann baut man natürlich auch Muskulatur auf. Man stärkt auch automatisch hier die Muskulatur und verbrennt natürlich mehr Energie. Das bedeutet, man verliert auch ganz, ganz schnell mal das ein oder andere Kilo, wenn das ihr Ziel ist. Viele haben das wirklich als Vorsatz auch im neuen Jahr. Ja, ich möchte wieder ein bisschen abnehmen. Das steht immer ganz oben auch auf der Wunschliste der Vorsätze fürs neue Jahr. Ein paar Kilos weniger dann auch im neuen Jahr. Legen Sie hier los, weil das ist wirklich toll. Mehr Muskeln bedeutet dann oder gestraftere Muskeln, stärkere Muskeln bedeutet dann für Sie auch einfach mehr Wohlbefinden. Und bedeutet auch automatisch dann hier weniger Kilos, die Sie haben, weil dann ein größerer Grundumsatz besteht. Und hier automatisch mehr Energie verbraucht wird von Ihrem Körper. Das ist sensationell und da müssen Sie gar nicht mal großartig Diät halten, weil hier, da Ihr Körper mehr einfach arbeitet. Dieses Gerät sehr effektiv, sehr leistungsstark. Sie haben diese Trainingsexpander im Lieferumfang mit dabei. Und Sie haben auch hier die Fernbedienung im Lieferumfang mit dabei für 237,41 Euro. Bitte langsam anfangen, das ist ganz wichtig, weil diese Geräte, es sieht immer so leicht aus. Das ist das Tolle. Man stellt sich drauf und man denkt, oh, das sieht ja so toll aus. Das ist aber für den Körper eine ganze Höchstleistung, die der macht. Sie stellen sich drauf, Ihr Körper trainiert automatisch. Sie werden hier trainiert. Es macht richtig viel Spaß. Man kann es zu Hause machen, 10 Minuten, egal wie alt man ist. Deshalb, das ist auch das Tolle bei Vibrationstrainern. In jedem Alter einfach draufstellen, sich durchrütteln lassen. Der Körper wird automatisch trainiert. Und hier dieses leistungsstarke, dieses sehr effektive Gerät durch diese zwei Vibrationsarten, die auch an die Tiefenmuskulatur mit rangehen direkt. Das werden Sie merken, das ist wirklich sehr intensiv. Mit der NX 1104 und der 569 sofort lieferbar innerhalb von zwei bis drei Tagen bei Ihnen zu Hause für 237,41 Euro. Und das ist ein Spitzenpreis für so einen Vibrationstrainer, weil die kostet ja normalerweise wirklich viele tausend Euro. Genau, die NX 1104, die 569 am Ende, unser erstes Modell. Diana steht gerade drauf, Sie sehen es eingeblendet, für 237,41 Euro. Sofort lieferbar, kommt selbstverständlich auch versandkostenfrei schnellstmöglich zu Ihnen nach Hause. Und dann können Sie Ihre Neujahrsvorsätze auch gleich in die Tat umsetzen. Und ich muss wirklich zugeben, ich mache es jetzt ja seit ungefähr drei, vier Wochen oder sowas, auch auf dem Vibrationstrainer, auf demjenigen, auf dem ich ja auch gerade stehe. Und ich muss wirklich sagen, es ist ja nicht nur für jeden, jedweden Alters, sondern vor allen Dingen auch jedweden Fitnesszustand. Denn, also bei mir zum Beispiel war es jetzt so, ich habe halt die letzten zehn, zwölf Jahre nahezu nichts gemacht. War zwar mal im Fitnessstudio angemeldet, aber Sie kennen das auch. Mal geht man am Anfang hin, dann wird es weniger und dann wird aus wenig, ja, das geht dann irgendwann gegen null. Hier aber ist es jetzt tatsächlich so, dass man wirklich mit zehn Minuten am Tag, da findet jeder die Zeit. Und vor allen Dingen auch, wenn man jetzt sagt, boah, eigentlich fühle ich mich ja nicht wirklich fit, jetzt da groß das Training wieder anzufangen. Kann man das hier mit diesem Trainer tatsächlich machen? Ich meine, ich bin das beste Beispiel. Körperlich war ich nur wirklich nicht fit, ich habe auch etliche Pfunde zu viel. Und das ist der erste Schritt, der es mir überhaupt erst mal ermöglicht hat, wieder ranzukommen. Sofort fühlt man sich besser. Ich habe hinten diese Rückenschmerzen zum Beispiel gehabt, das ist absolut passé. Ich finde es auch sehr angenehm für die Waden beispielsweise, die werden da richtig schön durchgeschüttelt. Und bei mir ist es so, dass ich nach zweieinhalb, drei Wochen, ungefähr so um den Dreh, konnte ich immerhin schon mal den Gürtel ein Loch enger schneiden. Das ist jetzt noch nicht Ende der Fahnenstange, aber ich fand das faszinierend für die Kürze der Zeit und dafür, dass man ja im Prinzip nur steht. Zehn Minuten am Tag nur, finde ich das faszinierend, was für eine durchschlagende Wirkung das hat. Und das Überzeugende ist eben, jeder kann es, man kann es zu Hause machen und jetzt eben halt auch zu einem bezahlbaren Preis. Gerade das Gerät, auf dem Lutz jetzt steht, das sehen Sie jetzt nämlich eingeblendet, für 123,41 Euro. Da müssen Sie bitte vorbestellen, die Lieferung kommt am 12.01. Ja, da bitte direkt vorbestellen, weil das ist natürlich Wahnsinn im Preis-Leistungs-Verhältnis für 123,41 Euro. Das Gerät hat jetzt 99 Vibrationsstufen, wird auch mit der Fernbedienung und den Trainingsexpandern zu Ihnen geliefert. Und auch hier heißt es wieder, dann draufstellen und los trainieren. Gerade die Gesundheit ist unser größtes Gut. Gesundheit bedeutet dann auch Zufriedenheit und das bis ins hohe Alter. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns regelmäßig bewegen, dass wir da was für unseren Körper tun. Und das geht mit dem Vibrationstrainer hervorragend. Der ist klein, der ist kompakt, den kann man wunderbar zu Hause auch unter die Couch zum Beispiel schieben. Genau, das mache ich auch nämlich. Das machst du auch so aus. Und dann holt man den einfach immer wieder raus, 10 Minuten. Man kann den Fernseher dabei laufen lassen. Und dann stellt man sich da einfach drauf. Lutz zeigt es jetzt sehr schön. Wichtig ist immer, die Knie leicht gebeugt. Ja, darauf müssen Sie achten, Knie leicht gebeugt. Und dann den Bauch so ein bisschen anspannen, dass da eine Spannung auf den Körper kommt. Auch den Popo versuchen so ein bisschen anzuspannen. Und dann schön durchschütteln lassen. Sie haben hier bis zu 99 Vibrationsstufen, die Sie austesten können. Die Traglast von diesem Gerät sind übrigens bis zu 120 Kilo. Das heißt, da kommen Sie auch drauf, auch wenn Sie wie der Lutz jetzt lange nichts gemacht haben. Legen Sie los. Sie haben es gehört, Lutz hat es schon geschafft, den Gürtel ein Loch enger zu schnallen. Auch Sie schaffen das. Wichtig ist, dass man den ersten Schritt macht. Ganz genau. Und der erste Schritt ist jetzt vorbestellen. Am 12.01. kommt das Gerät. 123,41 Euro. Das ist ja kein Preis für so ein tolles Trainingsgerät. Deshalb gleich vorbestellen. NX72-56569. Das ist die Bestellnummer für Sie. Gleich bei den Kollegen durchklingeln. Und dann setzen Sie auch Ihre guten Neujahrsvorsätze dann in die Tat um. Das ist wirklich fantastisch mit so Vibrationstraining. Das geht wirklich ganz, ganz einfach. Man muss nur diesen ersten Schritt tun. Genau, das ist der schwierigste. Und der war nie leichter als jetzt. Ich kann es Ihnen bestätigen. Vor allem das Schöne daran ist ja, dass es nicht nur bei den Vorsätzen bleibt, sondern dass man die endlich auch mal umsetzen kann. Und sich vor allen Dingen hinterher auch deutlich wohler fühlt. Und auch mal selbst so ein bisschen auf die Schulter klopfen kann. Das wird auch Ihnen so gehen. Deswegen viel Spaß und Erfolg mit unseren Vibrationstrainern.